Der nächste Song ist auch von mir. Der erste war von mir, der zweite ist von mir und wenn es gut läuft, spiele ich heute nur Songs von mir. Mal gucken. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Also, war doch so, das ging über das ganze Wochenende, glaube ich. Dieser Song beschäftigt sich mit einem eher unangenehmen Thema. Und gewandt. Deswegen heißt er auch Stomach. Und was auch unangenehm ist, wenn man vergisst, das richtige Instrument einzuspannen. Weil, wer sich mit Mundharmonikas auskennt, weiß, dass wenn man die falsche Tonart eingespannt hat, es fürchterlich klingt. Und deswegen... So wird es besser drauf. Stop it. Stop it. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017